Die 10 wertvollsten Pokémon Go Karten und normalerweise wäre das viel zu früh so ein Video zu machen, weil am Anfang eskalieren die Preise, sie droppen noch und erst nach einer gewissen Zeit von 1-2 Monaten kann man sagen in welche Richtung es geht. Aber ich mache trotzdem das Video aus vollem Grund, ich habe hier genau vor mir die Preise von den japanischen Shops. Was sind die Shops bereit zu bezahlen, um diese Karten zu kaufen? Das ist sehr, sehr interessant, weil mir ist bewusst geworden, nachdem ich das recherchiert habe, das sind Preise, die zahlt man für so eine Art von Karten, wenn es etabliert ist. Das gibt uns einen so guten Einblick für die 10 wertvollsten Karten. Dann würde ich sagen, fangen wir einmal an. Am Schluss schauen wir uns nochmal alle Karten an. Ich werde das ein bisschen schneller gestalten, Leute. Die Preise werden sich noch immer verändern, aber ich finde die Preise, wenn ich das so mir durch den Kopf gehen lasse, realistisch, dass die mal so stehen würden nach ein paar Monaten. Fangen wir an, Platz 10, Shiny Bisa Floor, Dragoran Fausta Rainbow. Beide sind bei 700 Yen, das sind 5 Euro und das meine ich, im ersten Moment würde man sich sagen, das ist doch viel zu wenig. Ich sage euch auch gleich, Leute, das sind Preise, wenn ihr sie jetzt einkauft, die zahlt ihr nicht. Die Shops wollen was daran verdienen, ihr zahlt für ein Shiny Bisa Floor auf Ebay über 20 Euro. Aber das ist eine legit Top 10 Liste, würde ich sagen, weil das sind Preise, ich sehe Shiny Bisa Floor für 5, 6, 7 Euro, wenn sich das komplett gelegt hat. Wenn genügend aufgemacht wurde und wenn wirklich genügend Karten auf dem Markt sind. Und das ist halt erst in ein, zwei Monaten und das war ein Wow-Effekt für mich gewesen, weil ich dachte, hey, das gibt einfach so viel Sinn. Platz 9, Meistergriff Alternative Artwork für 6 Euro, 800 Yen. Und das ist nicht das beliebteste Pokémon, es hat eine Fanbase in Pokémon Go, das ist schön und gut. Aber 800 Yen für diese Karte, oder sagen wir mal auf, Runden auf, auch wenn wir sogar sagen, 10 Euro, aber hier sind halt 6 Euro. Da sehe ich die Karte auch auf alle Fälle in 2, 3 Monaten. Das ist vollkommen realistisch, die Karte ist schwer zu ziehen, das ist eine Alternative Artwork Karte. Von daher, wie immer, kauft euch jetzt die Karten nicht ein. Macht auch, wenn ihr wollt. In Discord, in Patreon wurden Links gedroppt, wo ihr die Displays zu guten Preisen bekommt. Und macht einfach auf, macht auf, das ist einfach, das macht viel Spaß, das hat. Platz Nummer 8, das ist interessant, wir haben einmal Shiny Evoli, Shiny Turtuk und das goldene Lockmodul. Und die Karten liegen bei 1000 Yen, das sind 7 Euro. 7 Euro für die, meiner Meinung nach, die schöneren Shiny Pokémon. Und da sehe ich auch Turtuk, also ich wiederhole mich, Leute. Es hat einfach bei mir Klick gemacht, das sind Preise, die Preise werden auf alle Fälle irgendwann mal steigen. Wie bei EV Heroes, bei OKJLUF haben wir das gesehen oder vielleicht habt ihr es auch gesehen. Greatest Gehen raus, da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen und ich fand diese Vorgehensweise sehr, sehr, sehr gut. Lasst mich gerne wissen, wie ihr diese Vorgehensweise so findet, weil das ist mal etwas anderes. Es ist nicht auf eBay Card Market geschaut, sondern einfach mal in Japan, bei Japan sich halt inspirieren lassen, inspirieren lassen, geschaut, was sind die tatsächlichen Preise. Okay, weiter geht's. Platz Nummer 7, Brutmaschine Gold für 8,50 Euro und ungefähr 1200 Yen. Ist eine schöne Karte, ist eine schöne Goldkarte zur Vollständigkeit, nimmt man sie mit. Vielleicht ist sie ein bisschen besonders spielbar, dass man dafür mehr verlangt wie für das Shiny Evoli. Ich meine, Shiny Evoli und Shiny Turtuk Pizza Floor sind günstiger beim Einkauf, aber okay. Dann haben wir Platz Nummer 6, Dragoran Fausta Normal. Das normale Dragoran Fausta ist wertvoller als das Rainbow Dragoran Fausta. Und das ist normal, das haben wir auch bei den Trainer Full Art Karten, dass die in der Regel auch wertvoller sind. Und das Dragoran Fausta Normal 1800 Yen, das sind tatsächlich 15 Euro. Für den Preis bekommt ihr zweimal das Dragoran Fausta Rainbow. So, weiter geht's. Platz Nummer 5, Mewtwo Full Art. Die Mewtwo Karte, die wir auch bei uns in der Top Trainer Box als Promo Hub haben. Und die kostet 15 Euro. Und das ist eine tolle Karte. Mir gefällt die Karte. 15 Euro finde ich für eine Mewtwo Full Art Karte sehr, sehr, sehr strong. Spoiler Warnung, es kommen noch weitere Mewtwo Karten. Und das ist eine Karte, das sehe ich einfach. Jetzt zum Release wird sie das Dreifache kosten, sobald sich das legt. 15 Euro. Das ist einfach, ja das passt einfach nach 2, 3 Monaten. Das ist so interessant einfach, das jetzt so zu sehen, nachdem man das so realisiert hat. Das ist ein Cheat Code eigentlich, Leute. Platz Nummer 4, Shiny Glurak für 20 Euro. Platz Nummer 4 mit einem Glurak ist interessant, aber es ist eine Mainset Karte. Es ist keine seltene Karte, ihr könnt sie theoretisch in jedem Display ziehen. Nicht so wie die Secret Rare Karten, wobei eine Radiant Karte ist ja pro Display garantiert. Aber 2800 Yen, das sind dann 20 Euro. Finde ich interessant, weil auf Ebay kostet sie mehr als das doppelte Dreifache teilweise. Ja, eure Einschätzung, Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wird mich sehr, sehr interessieren in dem Video. Lasst auf alle Fälle auch ein Like unten ab oder wenn ihr immer informiert sein wollt. Ich glaube, das habe ich am Anfang nicht gesagt. Platz Nummer 3, Mewtwo Rainbow. Mewtwo Rainbow kostet 4000 Yen. Das sind 28 Euro und das finde ich super realistisch. Das finde ich super realistisch. Platz Nummer 2, Mewtwo Gold. Wir haben es gesehen bei Dragoran, die farbige Version von der Faustkarte kommt einfach besser an. Und Mewtwo Gold kostet 10.000 Yen. Auch etwas mehr als das doppelte. Gleiche wie bei Dragoran zu Dragoran Faust Rainbow. Interessant. Das sind 70 Euro. Platz Nummer 1, ihr könnt es euch schon denken, Mewtwo Alternative Artwork. Die Karte kostet 11.000 Yen. Ein bisschen mehr als die goldene Karte, 77 Euro. Und das macht Sinn. Entweder mag man den CGI-Style oder man mag ihn nicht. Man nimmt das CGI Mewtwo oder das goldene Mewtwo. Man wird sich entscheiden. Manche nehmen vielleicht auch beide Seiten, aber das finde ich auf alle Fälle realistisch. Ja, das ist super, super hot. Und wir schalten jetzt hier einmal um auf diesem Bildschirm. Und da seht ihr, das ist hier einmal auf Twitter. Das ist die Ankaufliste. Das ist der Händler bereit, für diese Karten zu bezahlen. Und schaut euch das mal an. Lasst das mal auf euch wirken. Und ihr werdet sehen, zum Beispiel hier für die Trainer Full Art Rainbow Karten. 300, 400 Yen. Hat ja hier für den hier zum Beispiel 3 Euro, 2 Euro, 2 Euro, 6 Euro. Immer wieder ein Plus, Minus. Aber hier, das finde ich äußerst realistisch, den Preis für diese Karten zu verlangen. Das sind coole Trainer, aber das sind die Rainbow Varianten. Die mag man eher nicht. Auch hier eine gute Fausta Rainbow Karte. Das können wir auch nachschauen bei Astyos Fausta. Ich meine, die ist ungefähr beim gleichen Niveau. Ein Metal 300 Yen. Die Gold Karten, die werden auf alle Fälle nochmal ein bisschen droppen. Aber auch hier sowas. Hier gehen wir ein bisschen weiter nach unten. Wir haben noch ein bisschen mehr. Und ihr seht, das sind halt viele Karten, die ungefähr gleich viel kosten. Das hier 300 Yen, 2 Euro für das Alula. Kokowai Full Art, 2 Euro. Da sehe ich die Karte einfach. Dann haben wir noch weitere Karten. Auch hier, ja, Meistergriff, 800 Yen. Hat mich ein bisschen überrascht. Der kostet bei uns, wenn ihr auf Ebay schaut, auf alle Fälle einiges mehr. Aber wahrscheinlich auch, als es eine Alternative Artwork Karte ist, wird da auf alle Fälle aufgeschlagen. 300 Yen für die normale Full Art Karte. Auch hier Mewtwo, Mel Medal, 300 Yen. Ihr seht die, ich würde sagen, die Full Art Karten oder generell Alternative Artwork Karten kann man in drei Klassen reinsetzen. Einmal die Top Tier, Mittel Tier und Lower Tier. Und ja, sowas wie halt Meistergriff und Mel Medal ist eher so Mittel Tier. Deswegen sind die auch alle gleich teuer. Wobei Dragoran oder auch hier Leta King 300 Yen. Dragoran hätte ich sogar eine Stufe höher gesetzt. Aber ihr seht, die kosten alle 300 Yen mit Kokowai. Dann haben wir die normalen Trainer. Und das hat mich eben ein bisschen überrascht. Die kosten genauso viel wie die Rainbow Karten. Aber ist okay, das nimmt es wegen 1 Euro mehr, macht das jetzt auch nicht viel aus. Wir gehen eine Etage weiter runter oder gleich zwei, das sind alle. Dann haben wir noch hier Professor Willow, Fabic, Mehrwert. Auch hier weitere Trainer Full Art Karten. Und da seht ihr nochmal die Radiance. Bisa Flo am günstigsten, obwohl jeder sagt, Bisa Flo ist am beliebtesten. Aber wenn es darauf ankommt, wird sich glaube ich jeder trotzdem eher für das Glurak entscheiden. Wenn man jetzt die Wahl hätte, weil Glurak ist halt Glurak. Das hat sich einfach so eingefleicht. Dann noch hier Dragoran Fauster hat mich überrascht, dass es so wertvoll ist. Relaxo 50 Yen, das ist nicht mal ein Euro. Oder hier Pokestop, noch ein tolles New 2V. Evoli 1000 Yen. Ja, so viel dazu Leute. Es hat mich echt überrascht. Eure Meinung nach zu gerne in die Kommentare abonniert. Den Channel für mehr Pokémon und TCG Content. Ich bin gespannt, wie ihr das so seht. Macht's gut, bis dann und ciao.